Hallo Freunde von Stoff4U, euer Zwirni mal wieder mit den glücklichen Gewinnern des Stoffe-Blogs. Ein 25 Euro Gutschein geht an Jessa, die aus einem leichten Blusenstoff ein wunderschönes, luftiges Kleid für den Sommer geschaffen hat. Bald kann es hoffentlich auch oft zum Einsatz kommen. Der 50 Euro Gutschein geht ebenso an ein Kleidungsstück. Aus unserem schön weichen Baumwoll-Flanell mit klassischem Karo-Muster hat unsere Kundin Petra ein echt cooles Hemd kreiert, das exakt so auch im Modegeschäft hängen könnte. Und ein 100 Euro Stoff4U Gutschein sichern sich die neuen Bezüge für die Gartengarnitur. Das farbenfrohe Mandala-Design wettet sich passgenau in das Gartenambiente ein. Ein tolles Bild. Und jetzt seid ihr dran. Schickt uns Bilder eurer Kreationen aus unseren Stoffen. Jeder veröffentlichte Beitrag wird belohnt und ihr erhaltet ebenfalls die Chance auf einen der drei Monatsgewinne. Bis zum nächsten Mal, euer Zwirni.